Bei Maritim im Flair ist in Konstanz und Kreuzlingen einiges geboten bei der internationalen Bodensee-Woche hier und es ist schön in den kommenden Tagen und wir haben auch genug Wind. Am Bodensee waren noch ein paar Quellwolken unterwegs, sonst gab es viel Sonnenschein. Anfangs hat es auf dem See auch noch ein bisschen geraucht, dieser klassische Seenebel, und dann kam die Sonne raus und wie gesagt viel Sonnenschein wird uns hier weiterhin begleiten. Wir sind am Rande eines Hochs, das uns wieder deutlich wärmere Luft nach Mitteleuropa bringt und so wird der Sonntag ein klassischer Badewetter-Tag. Mit einer kleinen Einschränkung im Nordwesten bekommen wir ein paar Wolkenfelder. Letzte Wolkenfelder haben wir in der Nacht nach Nordosten zu, sonst klart der Himmel auf, örtlich bildet sich Nebel, vereinzelt haben wir Tau und Frühwerte in den Mittelgebirgen und am Alpenrand von knapp unter 10 Grad, sonst sind es so 15 bis 10 Grad. Morgen tagsüber starten wir erst einmal mit den letzten Restwolken im Nordosten, sonst ist es strahlend sonnig und schön, vielleicht bildet sich mal eine Mini-Quellwolke und am Nachmittag da tauchen dann einige kompaktere Wolken im Nordwesten auf. Vereinzelt gibt es von der Nordsee her einen Schauer und auch in den Gebieten hier, westliche Mitte, kann es mal einen einzelnen Regentropfen geben. Der Gesamteindruck ist und bleibt aber schön und im Süden und Südosten sowieso. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte je nach Sonnenscheindauer von 28 bis 32, im Südwesten auf bis zu 33 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und an der See bleibt es eine Spur kühler. Der Wind ist an den Küsten meist ablandig, nur in Nordfriesland auflandig, kommt im Süden aus südlichen, im äußersten Süden aus östlichen Richtungen und erfrischt hier ein wenig auf. Am Montag zieht eine ganz schwache Front über uns hinweg, die löst vor allen Dingen im Südosten ein paar Schauer und Gewitter aus und auch an den Küsten ist vereinzelt mal ein Schauer dabei, sonst gibt es viel Sonnenschein, die Temperaturen gehen aber deutlich runter. Im Norden sind es unter 20, sonst noch mal in Alpennähe und am Bodensee bis zu 28 Grad. Der Wind frischt allerdings unangenehm auf und der Dienstag ist dann wieder sonnig und warm.